Meine Damen und Herren, willkommen im BKW Kids Interview. Bist du ein Tollpatsch, weil du immer umzählst? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich bin ich ein Tollpatsch, ja. Ich gehöre ein bisschen zum Sport und vielleicht mit dem, dass man ins Limit geht und ab und zu drüber raus schiesst. Darum musste ich auch lernen. Wahrscheinlich etwas Wohls daran. Bin ich ein Tollpatsch, ja? Wer von euch ist ein Streber? Ich nehme immer noch draus und den anderen zwei noch fragen. Wer ist immer ein Streber? Wenn man sich ganz viel Mühe gibt. Die Sachen, die uns wichtig sind, sind wir schon ein bisschen Streber. Im Grunde dieser Antwort können wir aber auch sagen, dass es vielleicht der Shit ist. Kannst du Gitarre spielen? Er hat sich selber beigebracht. Das ist so ein bisschen die Frage. Dort hat es eine Gitarre. Der Tänzer gibt aber leider sich in Zeit. Das ist nicht wichtig, der Tänzer. Das ist nicht wichtig, der Tänzer. Das ist für Jürgen. Das ist für Jürgen. Kannst du es gut tun? Das ist für Jürgen. Das ist für Jürgen. Das ist für Jürgen. Das ist für Jürgen. Also, ein��릴 fest, das ist für Jürgen. Das ist für Jürgen.